hallo liebe geisterfreunde heute gibt es wieder eine albtraum jagd und dafür sind wir im camp woodwind bei tim shipman heute sollen wir die bewegungssensoren einsetzen den geist mit räucherwerk abwehren und unter 25 prozent sanity kommen ja orb sehe ich nicht würde ich sagen das heißt wir nehmen auf jeden fall die normale taschenlampe mit dann ein emf messgerät und im grad generator ist natürlich immer dasselbe hier kriegen nur zwei beweise jetzt los schön regnerisch hier ist aber glaube ich nur leichter regen zeichen bewege etwas mach etwas sitzt du hier drauf ich glaube nicht so guck mal 998 294 wird es kälter als 8 grad hier ja 8,1 schon mal 9,1 wird wird dann nur eine schwankung sein oder gehen wir richtung 10 grad ja es kann sich glaube ich noch nicht so richtig entscheiden deswegen gehe ich noch mal mache etwas hilf etwas 82 auch hier 86 98 ist ungefähr die gleiche schwankung ein lagerfeuerchen hier 5,4 ein lagerfeuer geist wie so oft wieder lagerfeuer oder hin was ist das ein gelbes zelt glaube ich ne ja also lagerfeuerchen hier bist du ne gut dann lasse ich dir das mal hier das hier dann überprüfen wir mal ob wir ultraviolett sehen salz uv aber dann nur einmal salz so wegen der taschenlampe da fliegt schon was im r4 im r5 im r5 im r5 so so salz hierhin dorthin und hier hinten so dann warte mal eben muss den ausgang finden buch büchlein box noch nirgendwo durchgelaufen lege ich das mal hier hin 3,4 okay schreib ins buch ein gespenst würde ja nicht durch salz laufen wie schon so oft erwähnt ein gespenst hätte glaube ich aber auch noch die box antwort ne stimmt das ja bist du da bist du hier ist jemand bei mir was möchtest du bist du da was möchtest du was willst du bist du hier bist du da nichts okay okay keine box antwort dann machen wir mal die orb kontrolle vielleicht sind wir doch nen orb und ich werd mal nen dots projektor auslegen falls es ein gym ist habe ich jetzt auch die sicherung raus gemacht unter anderem weil der könnte uns wenn die sicherung drin ist einfach mal so 25 prozent sanity abziehen wegen seiner fähigkeit orb sehe ich aber erstmal nicht ich hole mir mal ein stativ dafür kruzifixchen stativchen und noch nen dots projektor dann lasse ich dir jetzt hier ist der gleich vorne an nehme eine kopflampe mit kann dadurch dann auch mehr mitnehmen so platziere das ganze mal hier hin kriegen wir vielleicht doch noch die gefriertemperatur zu sehen 2,4 grad 1,4 aber er ist immer noch nicht durch salz gelaufen weswegen ich davon ausgehe dass wir noch eine box antwort kriegen oder halt die gefriertemperatur was sage ich denn da die box antwort oder dots ne für das gespenst meine ich gerade kurz gespenst und die zwillinge verwechselt ja es wird mit sicherheit ein gespenst sein ok gut dann überlege ich ob wir vielleicht eine verfluchte jagd mitmachen sollen abwehren müssen wir sowieso unter 25 prozent und bewegungssensor bewegungssensor hier hin bewegungssensor dorthin hat auch schon funktioniert dann werde ich mir jetzt doch mal sicherung beziehungsweise generator an da hat er gerade was berührt ok gut ich lege mich fest und sage dass das das gespenst ist dann machen wir eine jagd mit ich hoffe dass dort hinten im gelben zelt dass dort das versteck frei ist ja und dann noch unter 25 prozent sanity kommen fotos verzichten wir dann drauf hier ist leider kein versteck hier auch nicht noch und ebenfalls nicht ich mag dich auch kein tonnen versteck hier dann bestimmt sehr viele zeltverstecke die ich nicht mag dann würde ich eher noch die toilette nehmen danke guck mal was soll das eigentlich so ja was kann man noch machen verfluchten gegenstand benutzen obwohl ich glaube das dauert gar nicht mehr so lange ach ja ich würde mir noch ein räucherwerk mitnehmen so falls ich das toiletten versteck nehme und er mir nachher doch noch mal zu nahe kommt hier noch mal das licht an das kruzifix lasse ich extra ausgerüstet weil sich das gespenst auch direkt zu uns teleportieren kann und dann mit der jagd anfangen kann wir warten noch ein bisschen wir warten noch ein bisschen jetzt können wir uns sehen so dann hätten wir das geschafft gut mit sicherheit ist das salz immer noch unberührt jawohl ok ich mache folgendes unter 25% dann werde ich mich jetzt verstecken und abwarten wenn wir so ein geschlossenes versteck haben wie hier sind wir eigentlich sicher ich benutze die teile nur nicht so gerne während der jagd weil ich damals immer probleme mit diesem vorhang hatte also mit der ja tür kann man das ja nicht nennen mit diesem putzlappen hier vor ähm und deswegen benutze ich die während der jagd sehr ungerne aber so zum abwarten wo man auch hier diese plane schön in ruhe zuziehen kann da schon außerhalb der jagd kein problem jetzt warten wir noch eben bis wir unter 25% sanity sind wir sind hier im jagdbereich das heißt ein gespenst jagt ab 50% nach der nächsten jagd werde ich dann auch nochmal den generator ausmachen damit das hier komplett dunkel ist und wenn wir noch mehr sanity verlieren ah das ist auch schon abgehakt sehr gut brauchen wir gar nicht mehr dann würde ich folgendes sagen lass mich noch eben raus dankeschön dass wir doch noch fotos machen und zwar werden wir die mit den kerzen machen so lassen die sanity erstmal steigen dann kann er die nämlich auspusten und wir können davon fotos schießen ich mach folgendes ich nehm gleich drei mit so also zack 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 bist du noch hier 3,3 4,2 ja ich hoffe doch ein mimik kann es auch nicht sein der hätte schon längst den geist gewechselt und wir haben ja auch keinen orb gesehen ähm das wollte ich noch machen noch eine kerze und ein fotoapparat natürlich aber kerzen brennen leider immer noch hat er vielleicht den raum gewechselt guck mal eben schnell 4,3 8,8 8,6 puste die kerzen aus vielleicht stelle ich die aber auch eher hier hin mal gucken vielleicht haust er aber auch jetzt in einem zelt drin 5,5 bist du jetzt eher hier ja ich denke schon ich glaube hier wird es jetzt immer kälter jawoll er ist hier ja er ist hier hin gewechselt ok dann hole ich dir die kerzen schnell rüber dann machen wir damit noch fotos ja da wirft er auch was bis der ball hin hier seht ihr noch jawoll knochen müssen wir dann auch noch finden so ähm pustefix habe ich hier nicht mehr liegen nur noch eine kerze jawoll puste eine weitere kerze aus puste eine kerze aus und ich schaue schon mal so grob ob wir den knochen hier irgendwo sehen puste eine kerze aus jawoll puste hätten wir gehabt wo ist denn der knochen hin wenn dann will ich es jetzt auch perfekt kriegen alle nebenaufgaben haben wir ja hier brennt auch noch eine kerze bringe ich die mal rüber mal gucken ob davon noch was zählt wenn nicht können wir jetzt glücklicherweise löschen jawoll jawoll drei fotos noch eins die können wir eben schnell abwarten puste eine kerze aus wo ist denn der lausige knochen nur hin ich hoffe ich habe ihn nicht schon eingesammelt und weiß es gar nicht mehr so ok das war es fotos sind voll dann werde ich mich jetzt noch mal kurz absichern zwei räucherwerke und eine taschenlampe und eine taschenlampe müssten trotzdem aufpassen da das gespenst wie gesagt sich auch zu uns teleportieren kann knochen ich mache noch einen rundgang sollten wir ihn dann nicht sehen dann haben wir ein pech kann hier irgendwo Ah, hier. Jawohl. Gut, das war's. Mach's gut. Also, Knochen-Nebenaufgaben. Wir haben auch den richtigen Geist. Da bin ich mir sicher. Das Gespenst. Und dann können wir losfahren, ihr Lieben. So. Mr. Shipman. Und, jawohl, das Gespenst. Perfekte Ermittlung. 1715 Dollar gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wer weiß, wo wir dann wieder aushängen. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.